Wir haben hier eine Gruppe der Damen, die schon regelmäßig zu uns in die Grotte kommen, und zwar mit der Straßenbahn. Darf ich Sie bitte fragen, von wo Sie kommen und wie bequem das ist, mit der Straßenbahn unsere Salzgrotte zu erreichen? Die Straßenbahn ist sehr bequem. Wir steigen nur einmal um, wir stecken innerhalb von einer Stunde am Bahnhof Grötzingen, benutzen dann bei schlechtem Wetter den Linienbus der Stadt Grötzingen oder laufen an der Alf entlang bis zu ihrer Grotte. Das ist ein paar Minuten. Alles klar, schön. Und von wo kommen Sie her? Ich komme aus Berghausen. Ich bin innerhalb von acht Minuten in Grötzingen am Bahnhof und dann laufen wir drei gemeinsam hierher. Alles klar. Wie lange gebrauchen Sie ungefähr vom Bahnhof bis dahin, wenn Sie zu Fuß laufen? Zehn Minuten bis eine Viertelstunde, oder? Ja. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Alles klar. Zehn Minuten. Könnten Sie uns bitte sagen, wie Ihre Erfahrung mit der Salzgrotte Karlsruhe ist? Seit wann Sie die Salzgrotte besuchen und aus welchem Grund? Wir besuchen die Salzgrotte seit zwei Jahren. Ein Glück aus privaten Grönen, weil uns die Salzgrotte sehr gut tut. Dann hat sie noch den anderen gesundheitlichen Aspekt bei Lino oder bei Stupfen und Husten. Und wir benutzen auch die anderen Sachen, die es hier in der Salzgrotte gibt. Der Nebel war heute sehr angenehm. Man hat ihn gesehen, man hat ihn gespürt und geschmeckt. Okay. Schön. Vielen Dank. Könnten Sie uns bitte auch sagen, aus welchem Grund Sie die Salzgrotte besuchen? Seit wann? Wie Ihre Erfahrungen bis jetzt waren? Die Erfahrungen waren bis jetzt sehr gut. Und es gefällt mir sehr schön, denn es tut uns gut. Und wir sind ungefähr seit zwei Jahren hier. Mhm. Okay. Aber Sie haben keinen bestimmten Anlass? Ich habe eine chronische Polyarthritis und es tut mir sehr gut. Mhm. Okay. Und wie haben Sie unsere Sitzung mit Sohleinhalation heute gefunden? Ja. Das war angenehm. Man hat die Mädel gespürt, man hat ihn gesehen und hat gut getan. Sehr schön. Alles klar. Das war angenehm. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch fragen, wie lange Sie die Salzgrote schon kennen, seit wann Sie zu uns kommen, ob Sie einen bestimmten Grund haben und wie Ihre Erfahrungen bis dahin waren. Seit Sie hier sind, komme ich regelmäßig, seit zwei Jahren etwa. Vorher war ich sporadisch manchmal hier. Mhm. Okay. Und haben Sie einen bestimmten Grund? Ja, ich habe Asthma und es tut mir gut und ich habe gemerkt, dass ich heute viel schneller, freier im Hals und Nase war. Mhm. Also das heißt, die Sohleinhalation hat im Vergleich zu vorhin etwas mehr bewirkt. Hat mehr bewirkt. Vorher habe ich bei den letzten Malen, habe ich hin und wieder gehustet. Mhm. Und diesmal fast gar nicht. Mhm. Okay. Gut. Dankeschön. Ja, bitte.